Ein herzliches Grüß Gott aus Wolfsburg, die Trachtmusik. Wolfsburg meldet sich natürlich wieder beim ersten Mai in Klojach rum. Heute mit einem Weißenbläsertreffen leider nicht. Corona hat das schon zwei Jahre verhindert, aber wir werden sehr, sehr, sehr glücklich, wenn ihr wieder vorbeikommt. Nächstes Jahr, wir hoffen stark, dass bei Schönwetter, so wie heute, das Weißenbläsertreffen, das traditionelle, wo sich tausende Leute kommen und begnügt auch mit den Weißen von unseren Musikern, dass ihr wieder vorbeikommt soll. Nächstes Jahr, am ersten Mai, wird es hoffentlich bei diesem schönen Wetter stattfinden. Wir spielen eine kleine Weise und Dankeschön und ein herzliches Willkommen für's nächste Jahr. Musik 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 Musik